Die Brandmauer zur AfD bröckelt nicht. So spricht sich der aktuelle regierende Oberbürgermeister von Berlin, Herr Wegner, von der CDU aus. Aber interessanterweise gibt es eine Umfrage, wo nämlich drei Viertel der Befragten sagt, Merz hat mit seiner Aussage recht, dass man auf kommunaler Ebene mit der Alternative für Deutschland koalieren sollte. Moin zusammen, mein Name ist Olli. Wir gucken uns die Situation mal ganz genau an. Und wenn du neu bist, gerne ein Abo dalassen. Und wir sehen jetzt hier die erste Aussage direkt mal bei der Welt. Die Brandmauer zur AfD bröckelt nicht, heißt es hier von Berlins regierendem Oberbürgermeister. Ganz interessante Aussage, denn offensichtlich ist es anders. Also ich kenne verschiedene Regionen und Gemeinden bzw. auch Städte, wo mit der Alternative koaliert wird. Ja, natürlich. Das ist kein Geheimnis. Das wird nur immer wieder versucht runterzuspielen. Und gar nicht erst in den Fokus zu lassen. Ihr könnt das immer für euren Stadt, Gemeinde, Bereich, wo auch immer ihr wohnt, in die Kommentare schreiben. Und wenn man sich mal ein bisschen informiert und umhört, bekommt man das mit, dass das mittlerweile gang und gäbe ist. Und nein, da sind keine Aufmärsche, da sind keine sonstigen Probleme oder sowas seitdem aufgekommen. Aber im Gegenteil, ohne diese gemeinsamen zusammenstimmenden Abstimmungen oder gegenteiligen Abstimmungen oder sonst was, also einfach ohne die politische Arbeit auf gemeinsamer Basis, würde es in diesen verschiedenen Bereichen deutlich schlechter aussehen. Da bin ich felsenfest überzeugt von. Aber wir wissen ja, dass das böse ist und nicht erwünscht ist. Und der Herr Wegener sagt hier, die AfD ist leider in vielen Gemeinderäten oder Kreistagen vertreten. Und verschiedene Parteien, auch SPD, Grüne und Linke, haben punktuell mit der AfD abgestimmt. Damit muss Schluss sein. Wisst ihr, da verwehrt man tatsächlich den Menschen, Abermillionen in Deutschland, die diese Partei gewählt haben und auch im Kreis und regionaler Ebene, also kommunaler Ebene, hunderttausenden Menschen in Deutschland, die sagen, ja, ich möchte diese Partei wählen. Die hat für mich das interessanteste Programm. Ich finde vielleicht auch die Nase von dem am schönsten und wähle deswegen diese Partei. Fühle mich einfach am besten vertreten und bin sicher, dass die das Beste für die Region hier machen werden. Aber dann bekommst du sowas. Damit muss Schluss sein. Und wir haben das ja gesehen, was das auch für einen medialen Aufschrei gegeben hat. Die Situation um Friedrich Merz oder jetzt auch um Ricarda Lang und ihre Mitarbeiterin aus dem Wahlkreisbüro, die gemeinsam mit der Alternative abgestimmt hat. Aber das Ganze wurde natürlich schon intern geklärt. Was meint ihr, was da für Drohungen passiert sind? Das könnte ich mir persönlich vorstellen, dass da Sachen geäußert wurden dann, dass es hieß, wenn das nochmal vorkommt, bekommst du keinen Listenplatz mehr. Wenn das nochmal vorkommt, Parteiausschlussverfahren etc. pp. Das sind alles Sachen, kann ich nicht belegen, aber kann ich mir persönlich sehr, sehr gut vorstellen, dass man wirklich hier versucht, ein Exempel dann auch an so einer Person zu statuieren, damit so etwas gar nicht mehr erst nochmal vorkommt. Aber nochmal Leute, egal bei welcher Partei, so hat es der Wegner ja gerade selber gesagt, SPD, Grüne und Linke und ja auch die CDU, es kommt bei allen vor und auch bei der FDP. Und das ist gut so. Ich spreche mich nochmal ganz klar dafür aus. Hier heißt es weiterhin von ihm noch, in Berlin wird es mit mir niemals eine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Die Brandmauer zur AfD bröckelt nicht. Tja Leute, so läuft das in Berlin. Aber man kann diese Mauer doch mittlerweile auch wirklich als Angstmauer bezeichnen. Als Angstmauer davor, dass es eine Diskussion gibt, weil man gemeinsam mit dieser Partei abgestimmt hat. Und er spricht doch, wenn er sagt, die Brandmauer zur Alternative bröckelt nicht, auch ganz klar und deutlich aus, wenn die Alternative etwas einbringt. Was im Sinne der Bürger ist, was gut ist für das Land, was gut ist für die Menschen, dass man aus pragmatischen Gründen, sagen wir es jetzt mal so, dennoch aus Prinzip das Ganze ablehnt, um diese aufrechte Haltung des Abstandes zur Alternative zu wahren. Und das ist eine Demokratie absolut unwürdig, oder? Und ich muss meine Ansage am Anfang ein bisschen korrigieren. Das sind nicht 75 Prozent, sondern in Summe sind es 65 Prozent, also nicht die drei Viertel, die sich für eine Zusammenarbeit und dem Herrn Merz hier im Speziellen auch zustimmen. Das zur Korrektur. Und dann sehen wir das Ganze nämlich hier, Zustimmung liegt bei 32 Prozent und fast ebenso viele, 33 Prozent, antworten, dass sie die Äußerung teils, teils richtig finden. Also schon ganz interessant. Und auf der anderen Seite zu sehen, dass nur ein Viertel, also circa 25 Prozent, sich dagegen aussprechen. Und das bestätigt doch einfach, dass eine Partei so eine Situation meiner Meinung nach doch als Chance sehen müsste, dass sie sagt, okay, ja, manche Leute möchten diese Partei nicht wählen, aber manche Leute möchten auch, dass mit denen zusammengearbeitet wird, weil die das ein oder andere Gute auch eingebracht haben, bei mir kommunal oder ähnliches. Also kann ich doch die andere Partei wählen und weiß, dass die gemeinsam mit denen dann das Beste für mich als Bürger hier rausholen und auch für die Region. Aber diese Chance sieht die CDU vielleicht nicht oder sie haben einfach Angst vor der Retourkutsche, die kommt. Die Retourkutsche würde ja sein, davon gehe ich aus, dass eine Zusammenarbeit mit den Grünen nicht mehr möglich ist. Und jetzt werden viele von euch sagen, ja, das ist ja gerade sehr sinnvoll, aber das ist nicht im Sinne der CDU. Denn die CDU weiß und speziell Friedrich Merz, dass so viele Merkelianer, wie auch ein Wegner, ist auch ein Merkelianer, merkt man ja ganz klar in den zahlreichen Aussagen, immer noch in der Partei und in verschiedenen wichtigen Positionen gesetzt sind, dass so eine Zusammenarbeit nie stattfinden darf. Im Gegenteil, ein Merkelianer wird immer, bin ich felsenfest von überzeugt, eine Koalition zwischen Schwarz-Grün bevorzugen. Guckt euch mein wunderschönes Bundesland an, was durch Schwarz-Grün meiner Meinung nach absolut nicht mehr so wunderschön ist. Genauso wie auch Baden-Württemberg. Man sieht ja, wie es da bergab geht, wirtschaftlich gesehen beispielsweise. Ebenso hier in NRW. Was die Grünen hier auf den Weg bringen dann für Themen, ist ganz, ganz schlimm. Und das wird alles gemeinsam mit der CDU gemacht. Und das ist unser größtes politisches Problem, was wir einfach haben. Solange die CDU keine klare Brandmauer, um die Wortwahl zu wählen, gegen die Grünen aufrechthält oder überhaupt erst mal eine etabliert, wird sich bei der CDU umfragetechnisch und auch Wahlergebnistechnisch nichts so zum Positiven verändern, wie es das vor Jahren noch gegeben hat. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Denn man muss ja überlegen, welche Koalitionen sind auf Bundesebene realistisch? Eine schwarz-grüne Regierung? Gegebenenfalls möglich. Schwarz-Grün-Gelb, also sprich die FDP noch dabei? Ja, ebenfalls. Das könnte passieren. Je nachdem, wie in zweieinhalb Jahren die Umfragen dann aussehen, beziehungsweise das Wahlergebnis bei der Bundestagswahl. Nichtsdestotrotz weiß Friedrich Merz mit schwarz-blauer Leine, würde es sehr, sehr knapp werden. Und dieses Risiko will er offensichtlich nicht eingehen. Und auch diesen Stress, glaube ich, zu sehen, dass er den gar nicht haben möchte, dass permanent Diskussionen kommen würden, ja, jetzt sind sie mit diesen Rechten da zusammen am Arbeiten und so weiter. Nein, das geht nicht. Und was würde auch vielleicht dann folgen, wenn es auf Bundesebene eine schwarz-blaue Koalition geben würde? Würden dann hier bei mir in NRW oder auch in Baden-Württemberg schwarz-grüne Koalitionen infrage gestellt, würden die sagen, wenn ihr das auf Bundesebene macht, dann lassen wir hier die Koalition zerbrechen und gehen raus aus eben dieser. Und dann könnt ihr ja gucken, mit wem ihr noch regiert. Dieses Risiko wird er nicht eingehen, denn dieser Mann hat einen einzigen Wunsch, er möchte Kanzler werden. Und nichts anderes steht oder darf dem im Wege stehen. Das ist das Problem, was wir hier einfach haben. Das ist wieder Personenpolitik und nicht das Beste für unser Land und die Bevölkerung. Jetzt schreibt mal eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt drauf. Abonniert den Kanal, haut rein, bis zum nächsten und ciao.